Alter, Alter, ich will nie wieder so eine Map spielen, nie wieder, aber wir können sie Eiskalk, ich glaub gar nicht wie gerne ich rumschreien möchte, aber im Laufe des Streams habt ihr irgendwann gemerkt, ich wurde leiser, weil hier gegen meine Wand geschlagen wurde, das heißt die Nachbarn, die drehen schon ordentlich durch. Oh mein Gott, Alter, Eiskalk geschafft, Eiskalk geschafft, vier Stunden, also Muchachos, wie gesagt, ich kann nur noch sagen, fetten, fetten Dank, auch fetten, fetten Dank Slim, der die ganze Zeit mit mir gefahren ist, wo er schon acht Mal geschafft hat, Aris und Nagati hier, keine Ahnung, seit fünf Stunden bei einem Punkt sind, richtig krank, Alter, richtig geiles Ding auf jeden Fall, richtig nicer streamen, ich find's auch super sexy, dass fast 4000 Muchachos bis fast 2 Uhr Platz dabei geblieben sind, Alter, richtig krank, Mann, und egal, herzlichen Draußen an euch alle Muchachos, darf ich reinfahren, oder? Ich komm grad nochmal angeflogen, achso, okay, den letzten Schreizer, okay, okay, ja ohne Slim jetzt, das wär ein bisschen mies, ciao, es ist einfach, es ist einfach krank, Alter, Digga, wir hatten noch nie in vier, fast, nee, warte, doch, in fast vier Jahren GTA noch nie eine Map, vier Stunden Ding, Alter, was zum Fick, vier Stunden 20 für eine einzige Map, oh mein Gott, der Timer, ich hab mich noch nicht so über den Timer gefreut, dann schau zu, vier Stunden Muchachos, eiskalt, vier, vier Stunden und 20 Minuten, oh mein Gott, komm, jetzt möchte ich wenigstens noch einen Punkt weiterkommen, Alter, vier Stunden und 20 Minuten, Alter, Leute, ihr seid der Hammer, man, ihr seid der Hammer, oh, Herzchen auch an euch, man, Herzchen geht raus, jetzt können wir auch wieder Musik anmachen, Alter, das ist so geil, wie der Chat gerade abgeht, Alter, da ist Liebe überall, Alter, Alter, dass wir das Eiskalt durchgezogen haben, Muchachos, Liebe für uns alle, Liebe für uns alle, vier Stunden 24, Alter, Digga, die fresheste Muchacho-Arme, die man sich vorstellen kann, Alter, Alter, vier Stunden 24, Alter, das gab es euch noch nie, Alter, deswegen, Herzchen geht raus an jeden einzelnen von euch, danke, dass ihr so lange am Start wart, danke auch an Slin, Nugget und Aris, ja und natürlich auch an Halbrahm, der schon vorzeitig abbrechen musste, weil es einfach zu lang gedauert hat, also nochmal fürs Protokoll, um 19.30 Uhr haben wir angefangen und kurz vor zwei sind wir durch mit der Map, aber das Wichtige ist, wir haben es durchgezogen, wir haben diese Map geschafft und das ist, was zählt, danke, dass ihr mich so lange unterstützt habt, dass so viele Leute bis in die Nacht noch dabei waren mit den Herzchenwellen, Muchachos, ich muss jetzt schlafen, wir müssen jetzt schlafen, habt noch einen schönen Abend, bis dann reingehauen. Ja, danke an alle Zuschauer, danke an alle Subber, also an alle VIP-Ziegen, danke an alle Spender natürlich auch, genau, super sweet, dass ihr da wart, super sweet, dass ihr unterstützt, die Liebe ist da, Liebe geht raus an euch alle, danke, dass ihr so lange dabei wart, danke, dass ihr auch beigeblieben seid, haut rein, gute Nacht, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.